Musik Zum Nikolausabend wird es höchste Zeit, den Adventskranz zu schmücken. Die Weihnachtsfrau hat dazu Tannensapfen gesammelt. Doch was ist das? Auf den Tannensapfen entdeckt sie seltsame Spiralmuster. Wie viele Spiralen beobachtet sie, wenn sie von unten auf den Tannensapfen schaut? A. Sie sieht 8 Spiralen im und 8 Spiralen gegen den Uhrzeigersinn. B. Sie sieht 8 Spiralen im und 10 Spiralen gegen den Uhrzeigersinn. C. Sie sieht 8 Spiralen im und 13 Spiralen gegen den Uhrzeigersinn. D. Sie sieht 8 Spiralen im und 15 Spiralen gegen den Uhrzeigersinn. Musik Untertitelung des ZDF, 2020